Ich muss ja jeden Morgen hoffen, dass alles schief läuft, damit ich abends was zu erzählen habe. Naja, einen Krieg hätte ich dafür nicht gebraucht. Ich sag's gleich ehrlich, ganz ehrlich. Für mich hätte der Alltag gereicht, wo sich jetzt die große Frage stellt, was wird sich durchsetzen? Die künstliche Intelligenz oder die menschliche Dummheit? Und wenn Sie sich im Bekanntenkreis umschauen, ich weiß nicht, ob Sie da Hoffnung noch haben, oder?